hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge take it light mit dem zug zu hd hallo hallo ja jetzt werden werden wir des aquaries ja ja warte ich komme gleich jetzt musst du den raum noch ein bisschen größer bauen das war dumm achtung pass auf jetzt wasser ist das für die angabe ja so wir müssen den raum ein bisschen größer bauen jetzt vorsicht vorsicht steht weg das ist geladen muss steht nicht zum test oder es steht 20 chance es ist das maximum 25 ja eben aber wir haben ja nicht 64 x 64 ja stimmt aber mir fällt direkt ist einfach der sagt nur ein jung ist zeigt nur ein junger ja das hat es ja das letzte mal so musste sie noch den laufzahn einstellen ja ich weiß da 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 vorsicht schnell teleport pipe zwar send only freqquenz 1 number of input 1 private so wie sitzt es mir da läuft und jetzt es sollte aber lava bekommen ja hatte ja warum läuft denn jetzt jetzt die redstone fackel wir müssen den see zubauen irgendwie kommt schnell hoch junge wir haben schon beinahe drei stacks wir sagen darf durch bei uns ja läuft bei uns hat man schon alles noch nicht wirklich wertvolles junge wollen wir das wasser lassen ja wobei und haben wir gedacht wie das was passt passt muss passen wenn es nicht passt wird es passend gemacht ja okay haben wir schon irgendwelchen großstoffe ja kupfer okay schick mal dann musst du sie ausnehmen ja ich habe noch eine magmetic engine ich weiß habe drei gemach gehabt kohle haben wir auch schon junge so lassen wir jetzt die query einfach mal laufen ja so die nächsten zehn folgen und dann schauen wir mal wieder in den chest und röser auch wir gehen laufen jo warte schnell schlafen 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 aber dass die jetzt ins wasser kommt das finde ich nicht ich gehe noch mal nach unten schauen was sagen wir mit dem einen kaltel ist sie gestorben für die ja die habe ich nicht mehr gestartet die kommt genau an diesem einen ort ins wasser hier komm mal schnell warte nein also ich komme jetzt nicht komm mal schnell von oben zu mir jetzt hier diese pfütze über mir ja da musst du auf er muss du wegbauen gut genau genau so ist gut irgendwie macht die query sie vielleicht auch nicht alles aber ja genau ja ich schieße eigentlich sollte sie laufen ja kommt gut jetzt haben wir dann einen riesen keller ja ich gehe mal zu anderen query schauen ich gehe mal zu anderen query schauen ja mach ich dann eigentlich verstand ich auch da haben wir eigentlich lava im nether ja noch genug kannst du ja mal schauen gehen so viel wie wir rausgepumpt haben es ist noch nicht viel es geht es ist echt noch nicht viel du weisst gar nicht wie viel das wir rausgepumpt haben doch ich war ja in der letzten oder in der vorletzten folge war ich ja dort ich habe geschaut junger wir haben schon fast vier stacks junge sie ist immer noch an der ersten schicht ja das ist egal war junge baut was ab und ich hatte es überall creeper und spinnen ja lass die einfach hier lass die creeper creeper sein und lass die spinnen spinnen sein die spinnen die spinnen naja so was können wir als was können wir als nächstes bauen wieso ist hier das zuckerrohr weg also noch mal geholt hier fehlt irgendwie wasser wo hier wo 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 wir haben die query zu hoch gesetzt kommen schnell zurück ja ich weiß warum dass das zuckerrohr fehlt wieso schau mal hier war vorhin erde die query baut hier ab schau mal nach hinten da es geht rein ja da hast du viel überlebt überlebt ja ich bin auch hier ja wobei ja doch hier hoch der oh scheiße das ist genau das wasser hier oben hier hast du toll gemacht aber wie er toll gemacht du was machst du jetzt zuerst mal alter was du hast gesagt es geht extrem lange bis die motorsäge aufgeladen ist ja im geothermal generator ich muss sagen die query läuft und funktioniert und wir bekommen rohstoffe und irgendwie soll ich schon machen eine dritte mfm fsu machen ne ne das war Zeit was du weißt du was du machen könntest was ne doppelkiste für äh für nicoleit und lapis lazuli und wie so viel ja schau mal in die oberste kiste keine zeit muss kisten croffen keine zeit muss croffen muss kisten croffen toll und mehr holz er kann doch nicht was mein dieses wasser hier bist du denn mal hier hingesetzt welches wasser was ist das was wo bist du jetzt ein wasserloch kommen wo bist du hinter dem vulkan im wald da siehst du mich jetzt ein wasserloch das geht extrem tief nach unten warte das kenn ich geh nicht runter du stirbst ne doch ich hab ein jetpack ich bin schnell draußen haja voll ich kann mal schauen oh das jetpack ist fast leer ja so million junge das habe ich schon mal gesehen auf meine privaten was bringt das junge ja haben wir schon ein herz verloren ja toll aber wir könnten eine pumpe hinsetzen und alles abpumpen ja was bringt uns wasser nichts junge also ich würde sagen cold stone haben wir auf jeden fall junge ich würde sagen du kannst mal diese äh holz chest hier platzieren jo gib äh ja wo soll ich die diamantspittsacke hin tun in deiner kiste ok schau bitte mal in die Kiste ich kann platziert toll wir haben so extrem viel lapis lazuli das das kennen wir gar nicht alles und sonst noch so zu einem kurzen was nie aber haben wir ich nicht mehr ja und jetzt haben wir ja die zu sehr hoffentlich du hast mehr auf Grandoversee doch oh nee jetzt hat es kein wasser mehr das ist aber kacke das ist richtig kacke an meiner privaten Welt habe ich extra einen Eimer Wasser ins Query Loch gesetzt damit die Lava zu Obsidian wird und das abgebaut wird mhm jungen wollen wir mal irgendwie so scrap verbrennen aha wobei wir können auch scrapboxen machen ja aber es gibt eben Strom verstehst du gut wir können auch scrapboxen machen ja warte mach ich mal für scrapboxen hier hier baut die query schon ab schau mal verdammt dort hinten ist dieser roboter habe ihn gesehen oh junge scheiße muss man da schauen hier wo ich stehe und dann so dort nach hinten schauen so dort solltest du ihn sehen so dort nach hinten musst du schauen aha ah ja toll es ist zwar nur der Strahl aber wobei junge mein Chat Pack ist leer kacke haha gib es mir ich bring dir ein neues also ich los auf oh mein es ist auch leer nein ja genau junge gut ich habe die Spitze oh das ist aber irgendwie dumm das dass die query hier schon ab warte mal sonst wenigstens rausfliegen ja danke warte mal kannst du wenigstens wieder rumfliegen ja und du nimmst auch das Volk du musst ja hoi nein Klaus Mannsauer auf äh ja junge das gibt viel Scrap muss man schauen wie viele Steine das hier nach unten gehen alter das macht irgendwie keinen Spaß mehr bei dem so ist es so viel Steine kommen eigentlich schon und das Erde kommt dazwischen ist auch nach ja wobei doch sollte reichen in meiner privaten welt habe ich vier queries auf einem recycler laufen und dazu noch was zehn ich mehr als extruder die produzieren auch noch cobblestone für den recycler toll ich habe schon über eine millione äh first proffs so viel ja und soll ich mal anfangen mit dem dings ja die musst du lassen ja was sind die ja gib mal ein m e und dann so in der zweituntersten reihe ja das zweite von links den m 64 k storage erdings bums was das zweitunterste zweitunterste reihe ja das zweite von links m 64 k storage 4 3 6 1 durch 2 angegeben auf der ersten seite zweituntersten reihe zweite von links ja das ist bei mir die folge ist vorbei schon ja also leute wenn euch diese folge gefallen hat lasst eine poste dann abstand 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 dann zweitunterste reihe das zweite von links m 64 k storage das kommt danach in diese m3 und junge die folge ist vorbei schon ja also leute wenn euch diese folge gefallen hat lasst eine positive bewertung hier und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder macht's gut bis dann ciao